Drei, hey, oh Gott. Drei. Drei. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia, der Begegnung der etwas anderen Art. Wir sind in... Wo sind wir denn? Äh, wo steht er? Da, Ridgeview. Jetzt muss ich erst mal gucken hier. Äh, Kruzifix. Strom ist im Keller. Äh, Foto vom Geist. Äh, und, äh, halt den Durchschnitt da. Äh, der Geist heißt Jason Kemper. Kemper. Nur auf Personen zu antworten, die alleine sind. Ich hab dich mal ein bisschen lauter gemacht. Ähm, aus... Ich hab dich mal lauter gemacht gehabt. Aus dem Grund, dass... Ach, leck mich. Hä? Aus dem Grund, dass man dich in der Aufnahme manchmal so schlecht hört, wenn du ein bisschen weiter weg bist. Da reichen schon ein paar Meter. Aber jetzt hab ich das Gefühl, du schreist mich an. Also du musst jetzt deine Lautstärke beim Reden anpassen. Wenn du dich dran bist, red leise. Ja, das ist gut. Was? Das ist voll leise. Ruhe. Ruhe. Oh, Kellertreppe ist auf. Ja? Ja. Unten ist auch auf. Wie hieß der Geist? Jason. Ja, genau. Kemper. Der Kemper. So, Jason, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Warst du übrigens oben eben? Also hier auf der Treppe? Nee, ne? Hat da schon wieder was gehört hier rechts? Jason. Ich hab ja noch eben 10 Grad oder war nie im Flur. Wird's 11? Oh nein. Es liegt ja am Betracht des Möglichen, dass Jason auf dem Flur oben ist. Oh, nicht immer auf dem Flur, ey. Jo, ich hab hier 10 Grad. 9 sogar. Jason? Jason? Du alter Kemper. Es ist natürlich ein bisschen kacke. Kann ich da eigentlich die Kamera draufpacken? Das wäre mega insane. Oh, hier unten vielleicht auf. Nein. Ach, komm schon. Mist. Da ganz in der Ecke. Jetzt kommt. Skill. Ja. Mir doch egal. Ich brauch die Kamera sowieso nicht. So, wo kann ich denn die hinstopfen? Alter, ist die laut. Ich mach die das nächste Mal doch leiser. Keine Ahnung. Vielleicht einfach hier vorne. Der ist immer noch oben im Flur. Ich hab 5 Grad. Wieso hast du das runtergeschmissen? Bist du verrückt? Wir sind nicht versichert. Bei dir hackt es wohl... Ja, wenn das kaputt ist. Du weißt nicht, ob das wertvoll war. Oh mein Gott. Geh mal gucken. Rechts und dann links in die Tür. Guck mal in dem Raum, wie warm das ist. In dem Badezimmer. Links, links, links. Hinter dir. Hinter dir. Genau, das andere links meinte ich. Ja. Ja. Das ist doof. Ich hol mal ein bisschen Stuff. Eigentlich müsste ich sie mal wieder irgendwie... Triezen, dass die Stück... Aber die geht ja immer so lange raus. Also ich mein, das ist jetzt nicht kameranschwein mäßig gemeint oder so, sondern... Just a prank, ne? Ja, Kreuz brauch ich eh nicht da oben. Warum hast du geschrien? Die hätten mich voll gepustet. So. Dann ist die vielleicht auch im Badezimmer oder was? Nein, die ist hier in dem Frank, glaube ich. Also die ist hier auf dem Flur. Ja. Schon wieder Minus, Alter. Genau da, wo die Kamera liegt. Also ich hatte die niedrigsten Temperaturen an der Ecke. Schon wieder Minus. Minus vier. Ja, ja, ja. Pass auf, wir wechseln das einfach. Minus vier. Müssen wir nachher nochmal eine Kamera hochholen für andersrum. Minus. Jetzt überall Minus. Minus fünf. Alles kalt. Minus. Ja. Der Strom ist auch aus. Also, ich, äh... Ding, also... Die IMF? Drei. Hier ging ne Tür. Zwei. Drei. 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 Oh mein Gott. Zwei. Oh Gott. Drei. Drei. Machst du den Strom an? Wo ist denn der? Im Keller. Ja. Wenn du reinkommst, rechts um die Ecke. Jetzt kam ich die Rampe nicht hoch. So, ich nehm die mal schon mal mit. Vielleicht das. Achso. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen... Blöde. Jetzt haben wir nur die Ecke da abgedeckt. Müssten wir vielleicht auch noch zur anderen Richtung. Trotzdem Minus Temperatur. Trotzdem erst die Box mit reinnehmen. Oder erst andersrum aufbauen. Ja, jetzt hab ich schon mal... In der Tasche. Dann nehmen wir die Box mit. Kamera können wir schon mal hinlegen. Kannst du noch ne Kamera und nen Dotz-Projektor gleich mitbringen? Nett. Sie ist so freundlich. Gut, dann hole ich den Kram selbst. Meine Tasse ist umgefallen. Ach, die ist schon wieder im Auto. Wie kriegen wir die denn am besten mal geprankt? Ich kann nur den hier... Aaaaaah! Mann, ey! Den Fingerabdrücke. Ich stand doch fort hier. Du musst nur die Kamera nehmen. Ja, hab ich. Mann, ich hab mich ja offen, ey. Du warst so laut, da muss ich schreien. Du brüllst auf einmal los. Hä? Wo soll denn der hin? Da, wo die andere Kamera ist. Ja, wo ist die? Äh, hier. Also hier einmal hin. Ich leg nochmal ne Cam hier vorne hin. Und dann haben wir zumindest den... ...nur hier abgedeckt. ...beide Seiten. Ich hoffe immer, dass... ...blendet die nicht gegen... ...sag... ...ich hatte keine Kamera. Am Arsch! Ja! Ich bin tot! Ich bin tot! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Danke, dicker! Oh ne! Ich hab' wir haben gar nichts. Oder Hauptsache, du machst ein Foto von der. Hat's geklappt? Der hieß der nicht Jason? Ja, zwei Sterne Geist. Toll. Soll ich ein Machen? Wenn der auf einmal von hier kommt... Ich hätt' ja... Gut, ich hätt' jetzt vielleicht... Ne, der Schrank, da komm' ich nicht rein. Hier auch nicht. Warum sind die ganzen Schränke voll? Ja, ich hätt' hier reingehen können, aber... ...oder da, aber dann wär' er ja hinterher gekommen. Äh, ja. Boah, das Buch haben wir auch nicht. Toll. Beweise. Gefriertemperaturen. Das ist so frech. Das ist echt unfassbar frech. Erste Runde. Ich sterbe. Und dann auch noch so dumm. Wieso hab' ich eigentlich Steps? Ich versteh' auch nicht, warum ich Ausdauer hab'. Ich bin tot. Ich hab' gar keine Ausdauer mehr. Geil. Könnte ich den Geist überhaupt sehen? Wenn es hier so das Projektor wäre? Ich glaub' nicht. Scheiße. Ja, liegt der Buch überhaupt drin? Ja. Ist halt nur nicht aufgeklappt, ne? Ich bin so schnell und so unnötig gestorben. Viel zu jung ging ich von dieser Welt. Ah, hier geht so'ne Tür auf. Ah, Geisterbox. Geisterbox. Was noch? Liegt da das Buch? Ja, aber zu. Hä, wieso ist denn das Buch zu? Weil ich nicht dazu gekommen bin, das zu legen. Schreib. Oh. Mann, ist die laut. Schreib ins Buch. Das wär' so cool, wenn ich aufschreiben könnte. Geht die schon wieder nach draußen? Die ist so grad da reingerutscht. So ein Feigling. Vielleicht sind ja auch gefriert, äh, Fingerabdrücke. Oh, ich hab' das Foto geschafft. Und die 25%? Was hab' ich denn die 25% geschafft? Ja, das mit dem Kreuz hab' ich auch nicht. Also Geisterbox. Das kann ja auch so'n Scheiß-Mimik sein, ne? Ja. Komm, wir gehen rein und finden's raus. Komm schon. Ist überhaupt noch irgendwas, Zwillinge-Morai-Morai-Morai-Buch. Ach, ich geh doch bestimmt gleich drauf, ey. Onryo-Orbs. Okay, die Orbs sind noch drin, ne? Aber nur die Orbs. Könnten auch die Zwillinge sein. Also auf jeden Fall kein Dotz. Schreib ins Buch. Schade, dass ich das nicht kann. Jason, schreib ins Buch. Was schmeißt du mich ab, du Trottel? Das, das war ich nicht. Jason, schreib ins Buch. Das ist bestimmt IMF. Könnte ich mir vorstellen. Ich trag das mal vorsichtshalber erst mal ein. Aber ich glaub, das sind die Zwillinge. Durch die Ak... Oh Gott, des Willen, ein Schatten. Durch die, äh, Interaktion, quasi. Das wär halt geil, wenn ich auch mal das Licht bedienen könnte. Ich weiß nicht, wie ich auch mal das Licht bedienen kann. Ich weiß nicht, wie weit ich noch mit dem Geist interagieren kann. Jason, töte sie. Jason, wo bist du? Danke, ich war beim Friseur. Lauf doch weg! Bitte nicht! Lauf doch weg! Nein! Lauf doch weg! Das war zu spät. Gerade so. Oh, nee, doch nicht. Also, ich hab was eingetragen. Bist du tot? Scheiße. Scheiße. Ja, ich hab auch Zwillinge erst mal geraten vor sich selber. Ich hab gar nichts gehabt. Ja, es wär IMF gewesen. Ja, hab ich mir gedacht. Ich wollte eigentlich auch wieder raus. Ja. War schon ganz schön mutig von mir. Ja, du warst tapfer. Und ich stand zu 100% hinter dir. Ja, hab ich gesehen. Du lagst. Ja, auch mental. Vielleicht hab ich auch gar keinen Einfluss auf den Geist, wenn ich selber tot bin. Aber der Gedanke wär witzig. So, das war's auf jeden Fall wieder mit einer neuen Folge Phasmophobia. Schade, wie's ausging. Ich bin viel zu früh von uns gegangen. Naja. Aber die nächste Runde wird definitiv besser. Länger. Ich werde wieder überleben. Ich muss ja wieder neu einkaufen. Ja, ich auch. Scheiße. Oh, cool. Wir sind beide am... Gelackmeiert. Ja, gelackmeiert. Gelackmeiert. So. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.